UNTERTITELUNG Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Jedenmal, wenn ich nach Berlin komme, das ist der erste Platz, ich besuche für deinen Keks. Wie heißt er? Itay. Das ist meine Frau. Und was passiert, wenn sie es rausfindet? Das passiert nie. Ich darf ja eigentlich nicht darüber sprechen. Es gab einen Unfall in Jerusalem. Ohren ist gestorben. Ich wusste, ob du hier einen Arbeiter brauchst. Die Keks, die du gemacht hast, sind sehr gut. Du magst sie? Ich möchte sie in der Café verkaufen. Ow! Your husband, he died, right? You know my son? I'm sorry. I didn't know your son. She doesn't want you here. We don't want you here. I can go. Was hast du gemacht? Ich habe sie geküsst. Ehe. Und was hast du da gemacht? Liebe. Dad. Ich habe sie in dem Du inevitable. Ich habe sie in der Nähe. Ich habe sie in der Nähe. Ich habe sie in der Nähe. Vielen Dank.